Ich bin desmounted in der Territory in der westen Seite. Ich werde in der Full Force pushen. Jungs, bomb direkt, bomb direkt, wenn ihr könnt. Bomb direkt, wenn ihr könnt. Bomb, wenn ihr könnt. Bomb, wenn ihr könnt. Bomb, wenn ihr könnt. Bomb, richtig, richtig. Push die Terri hardcore. Hardcore in der Terri. Komm, komm, komm. Durch, 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 durch. Nicht decken. Einer direkt weiter. Wir haben schon einen dicken Klamp gebombt. Schön nach Norden. Schön rein und verteilen. Schön rein und verteilen. Pass auf, sie countern. Guck, da sind die Treppe, Lokos und hier. Treppe, Lokos und hier. Ich spare mir jetzt die nächsten sieben. Komm, 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 durch, durch, durch. Jungs, nächster Push. In fünf Sekunden würde ich euch durch haben. Nach rechts durch. Und vier. Und drei. Und zwei. Und eins. Push im Terri nach Osten. Nach Osten. Kommt durch. Nach Osten. Kommt, komm, 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 komm. Kommt, komm, 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 komm. Kommt, komm. Kommt, komm, komm. Kommt nach Osten. Kommt, kommt. Kommt, kommt. Kommt, komm. Kommt, komm, komm. Auf den Tower. Bis zum Tower. Rentstzeit. Kommt schon. Oh, fuck. Die sind schon ein bisschen. Und nach Norden, Achtung, komm 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 Bomb bis zum Tower nach Norden, bomb nach Norden zum Tower Luxi, bist du da? Okay, ich glaube Luxi hat die C Ja, Luxi hat die C, okay Oh, schüttest du auf einen Mammut? Nee, nee, nee Okay, passt auf, da ist eine Menge vom Westen, was gleich reinkommt Wir machen gleich einmal einen dicken Push im Westen Hier unten auf der Straße bin ich, hier unten auf der Straße bin ich Wir machen gleich einmal einen dicken Push im Westen Achtung, die kommen, die kommen, Achtung Macht das an und wir pushen Westen in 3, in 2, in 1 Komm, push Westen durch die Chook, 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 durch die Chook Komm, 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 komm Auf die Westenforce, das ist nicht viel hier unten Ich bin aufgewägt, das ist nicht viel hier drüben, kommt Komm drüber, kommt drüber, kommt drüber Durch die Chooks laufen, nicht in den Chooks stehen bleiben Nicht in den Chooks stehen bleiben, push durch, push durch den Westen Bomb Squad kommt, Vorsicht Kommt, ihr müsst durch, ihr müsst durch, ihr müsst durch, ihr müsst durch Ihr dürft da nicht stehen bleiben, lasst euch nicht von der Aldi irritieren Und dann lauft einfach Richtung Süden, lauft einfach Richtung Süden, guckt, dass ihr unter die kommt, guckt, dass ihr unter die kommt Die ziehen jetzt nach Westen, die ziehen jetzt nach Westen Guckt, dass ihr euch groupt, guckt, dass ihr euch groupt, ich bin hier auf dem Ping Hallo Tess, Tess, mein Internet ist ausgefallen eben What the fuck Ich zeige euch, du bist ausgelockt, glaube ich Achtung, Achtung, die pushen, die pushen von Westen Die pushen von Westen, macht eure Devs an Wir machen gleich einen Konter-Push, wir machen gleich einen Konter-Push Drei, zwei, eins Pusht auf dem Westen, pusht auf dem Westen Kommt, 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 kommt Kommt, da sind dicke Kamlands, da sind dicke Kamlands Wir brauchen da Damage, wir brauchen da Damage Kommt, kommt, kommt Okay Sieht kurz wieder zurück in den Osten Sieht kurz wieder zurück in den Osten Ja, die jointen uns jetzt gerade Wir warten kurz auf unsere Cooldowns, wir warten kurz auf unsere Cooldowns Okay, ich brauche Eis vorne, hat wer Eis vorne? Was machen die Gegner? Die laufen in den Norden, hier oben sind ziemlich viele Okay, wir haben auch eine kleine Gruppe im Westen Wir groupen uns erstmal wieder hier auf dem Ping Wir haben gerade ein paar Tanks im Norden gecatcht Guckt, dass ihr die vielleicht klappt Okay, die sind jetzt Die laufen jetzt ziemlich hart in den Norden Wir chasen erstmal, wir laufen erstmal hinterher Wir laufen erstmal hinterher Aber die suchen bestimmt gleich den Clump Passt auf, passt auf, passt auf Okay, die sind gerade irgendwie ziemlich spreaded Achtung, wir haben im Norden auch noch einiges Straight in den Norden sind die alle Big Clump von denen Ich bin hier auf dem Ping Wir laufen erstmal die Straße hoch auf dem Ping Auf dem Ping laufen wir erstmal die Straße hoch Zerk von denen ist hier auf Ping Alles klar Und ruft Richtung Terry Wir ziehen erstmal nach Richtung Terry, wir ziehen erstmal nach Richtung Terry, ich bin auf dem Ping Macht bereit, nicht alle an der Wand da langlaufen Jo Pass auf Ich bin hier auf dem Schock Die Ali ist East Alles klar Die Ali soll sagen, wann sie reinpusht, dann pushen wir zusammen Okay, wait till when you're pushing Okay, da stehen so blöde Statuen, da müsst ihr aufpassen Aber wir pushen da gleich durch Ich leg eine Autobahn Ich will dann Locus drauf haben auf der Treppe da Und dann pushen wir, laufen wir da einfach durch Ich bin hier auf dem Ping, kommt, versammelt euch Die pushen, Achtung Achtung, die pushen, die pushen, zieht eure Devs Schöne Loki, schönen Loki Und wir laufen durch die Schock, wir laufen durch die Schock Komm, komm, komm Nighthame Hand durch Nighthame Hand durch Nighthame Hand durch Komm, 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 überrennt sie einfach Überrennt sie einfach Komm, lauf durch, lauf durch Nicht in der Schock stehen bleiben Nicht in der Schock stehen bleiben Achtung, die Kontern jetzt Die Kontern jetzt Achtung, macht eure Devs an Locus drauf Und gleich, gleich weiter Gleich weiter durch die nächste Treppe Gleich weiter durch die nächste Treppe 5 4 3 2 1 Komm, 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 komm Ich will es durch Durch die Schock, durch die Schock, durch die Schock Komm, 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 komm Zieht durch Zieht durch Lah ulert Lauf, läuft brüsli hoch Büsli hoch Büsli hoch Büsli hoch, zieh, büsli hoch Büsli hoch Durchlaufen 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 ja we are pushing right now der full focus amass im norden bombsquad mit drei genitenten es kommen jetzt rein der achtung vorlichtig die bomben brauchen locus brauchen locus die bei uns drauf dorten bombsquad von 30 leuten kontrahlen so was bergten wieder die dritte wieder koko geht es hoch geht es auch das krägte in das krägte ich bin ja und ping wir warten und so nicht nichts ab nächstes sind ungefähr zehn sekunden all right guys you want to connect an a push a you er hat norden von uns seit ungefähr die war es ließ Wir versuchen, wir versuchen. Wir haben zwei Flanks auf der ersten Seite. Gib uns einen anderen Timer, okay? Jungs, lasst euch von dieser Statue nicht zu wegficken, bitte. Lasst euch nicht zu wegficken von dieser Statue. Jungs, ready, kommt jetzt nach rechts, kommt jetzt nach rechts. Okay, pushen in 3, in 2, in 1, auf Tower, auf Tower, komm komm. Lauf bullig bis zur Tower. Kläppt hier in diese Scheißmasse rein. We're pushing, we're pushing. Guck, dass ihr so deep klappt wie ihr könnt. Komm, auf die Weckler, komm, 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 komm. Jungs, roll doch mal rüber. Nach Norden. Macht so viel Schaden wie ihr könnt. Nach Norden. Richtung Tower. Weiter Schaden machen, weiter Schaden machen. Brault nach Norden, Brault nach Norden. Komm, 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 komm. Push diese Tower einfach. Nächsten E's halten, wenn ihr könnt, für die nächsten 8 Sekunden. Dann hauen wir wieder voll auf den Tower. Kommt jetzt mal in die Kurve rein. Zulukzi, komm jetzt mal in die Kurve rein und Zulukzi. Die Nordforce kommt jetzt. Die Norden kommen jetzt, okay. Dann haltet jetzt hier im Süden zwischen den Statuen. Haltet hier im Süden zwischen den Statuen. Alright, wir pushen an Tower in 3, in 2, in 1. Auf den Tower, auf den Tower, auf den Tower, auf den Tower. Nach Norden wieder, komm, auf den Norden. Wieder auf die Masse rein, wieder auf die Masse. Yes, 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 yes. Und weiter Bomben, weiter Bomben. Wir hauen sie gerade nach und nach runter. Richtig gut, richtig gut. Wenn ihr könnt, weiter nach oben. Ihr seid oben sicherer als unten. Vielleicht hat oben bis zur Tower, bis zur Tower, komm, 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 komm. Wipe die Spasteln am Tower, wipe die Spasteln am Tower. Da ist jetzt gerade so viel geklappt, das ist so geklappt. Rechts am Tower, oben rechts am Tower, direkt am Tower. Wipe hier das Zeug. Das ist so heftig. Alles über Tower, alles über Tower. Go, 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 go. Okay, Jungs, für ein bisschen Ordnung, für ein bisschen Ordnung. Wir behalten unsere E's für den nächsten 8 Sekunden. Turn, glaube ich, mit einem kleinen Bombsquad auf der linken Seite. Ja, wo einer weiter in den Heer zu bleiben. Die kommen jetzt von hinten wieder rein? Ja, von links gleich. Auf links gleich Turn. In 5 Sekunden. Oder ist in der Tower noch was? Ich seh nicht der Tower. Die sind alle oben ausgelaufen und dann nach links weg. Okay, Jungs, ihr könnt eure OEs releasen. In 3, in 2, in 1. Released OEs, wo ihr gerade habt. Das ist gerade ein bisschen sch... In der Tower ist immer noch 20. Ja. Die finde ich dir noch. Ansonsten pusht alles weg. Ich versuche unter dem Tower zu banken. So, ansonsten, wir halten die Westseite. We try to hold Westseite now, okay? We try to hold Westseite now, okay? Cleared alles, was in uns drin ist. Die Mountain teilweise. Wir pushen jetzt nach Norden raus. Wir pushen jetzt nach Norden raus. Wir pushen jetzt nach Norden raus. Push mit nach Norden raus. Wir pushen jetzt nach Norden raus. Wir pushen jetzt nach Norden. Das ist nicht over jetzt. They still have time. They still have time. Aber die sind nur noch im Fullrun. We might as to the West. Ja. I'm gonna hold West, like I said. So, da ist irgendwie ein Spell. Ich sag euch, wenn sie hart pushen. Ja, und ich sag euch, wann ihr kommt dort. Ihr könnt natürlich, wenn ihr eine gute Gelegenheit seht, trotzdem ein Spell setzen. Aber... Wasted nicht zu viel. Wasted nicht zu viel. Cool, bitte noch. Und du alle. So... Die versuchen gerade. Yes. Also die Tanks können tatsächlich hier weiter unten im Raum stehen. Lasty Circle ist nördlich. Lasty Circle ist nördlich rum. Lasty is coming to the... So, die Fritten erst mit den Kontern laufen. Kontern gleich in drei. In zwei. In eins. Kontert volle Möhre rein. Möhre. Volle Möhre. Auf die Klamm. Auf die Klamm. Komm, komm, komm. Wir fokussen weiter Westen oder auf Süden. Wenn ihr könnt. Ansonsten direkt zurück wie hier. Wenn ihr raus ist, geht direkt zurück. Deren Push ist gescheitert. Deren Push ist gescheitert. Die resetten. Die resetten. An der Südecke des Terrix sind zwei One-Shot-Cross-Bus. Also ein Aufhaltsstoff hier. Nicht zwei Mal unten. Yes. So. Guck, guck, guck. Macht Schaden. Auf uns herum. Auf alles was hier uns drin ist. Spart euch ihr E's. Spart euch ihr E's. Die machen gleich nichts. Nächster Push. Konter in 5. In 4. In 3. In 2. In 1. Konter. Konterlinke Seite. Konterlinke Seite. Ah, nee. Du bist Gott. Und der Kin ist auch richtig geil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Push aufgehalten. Jetzt hier unten im Süden aufräumen. Heeler braucht es im Süden. Wir brauchen Heeler im Süden. Wir brauchen Heeler im Süden. Drückt auch weiter nach Süden. Komm, komm. Wir brauchen mehr Leute im Süden. Wir brauchen mehr Leute im Süden. Lasst euch im Süden nicht raus pushen. Nächste E aufbewahren. Nächste E bald wieder. In ungefähr 10 Sekunden. Dann pushen wir nach Süden. Dann pushen wir nach Südwesten. Die kommen jetzt. Die haben jetzt. In 5. In 4. In 3. In 2. In 1. Pushstuhf West. Jetzt, 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 jetzt. Komm, 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 komm. Busch, gehen. Busch, gehen, Busch, gehen, Busch. Die Südkante, die Südkante, die Südkante. Guckt, ob ihr dahin kommt. Bis zur Südkante. Push die Tanks raus. Push die Tanks raus. So ein Klamp auf der Südtreppe, Südtreppe riesiger Klamp. Drückt weiter, drückt weiter. Drückt sie raus, drückt sie raus, drückt sie raus. Drückt sie raus. Komm, komm, drückt weiter. Lauf, 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 drück weiter, drück weiter, drück weiter, hör auf zu, ja, lauf weiter, nicht stoppen, nicht stoppen, bis zur weiteren Treppe, bis zur nächsten Treppe, so, passt auf, passt auf, DDS, Achtung, sie kommen wieder, Achtung, sie kontern, da gehen jetzt einzeln Leute rein, um uns zu unterbrechen, okay, weiter, weiter, E halten, E halten, E halten, E halten jetzt, E halten jetzt, hoch gehen, Tanks, guckt, dass ihr wieder an Safety geht, die ziehen raus, links, die ziehen raus, links, sie ziehen raus, links, wie sieht's aus, Brulia, schaffst du's? Nee, einzeln, Tanks noch, beim Besten, was zum Tower kommt, okay, wir können angreifen, ne, der Timer, machen wir doch schon, ja, links sind sie auch raus, haut oben vom Tower alles weg, holt euch, holt euch oben den Tower, holt euch den Tower, holt euch den Tower, kriegt doch mal den Tank, Mensch, ja, ja, let's get the Tower and then we push out, let's get the Tower first, okay, jetzt könnt's eigentlich zu besieger durch, Luxi, das Hideout hat das Attack-Symbol, ja, ja, das ist, kann so das Angriffen, wenn wir pushen da gleich hin, dann ist, dann geht es anslicht und flankt sie später, wir gehen endlich hin, sie kommen wieder rein, die kommen langsam wieder rein so Jungs, kommt links sag mir, wenn ihr'n liste seid, dann wir wir müssen massiv sein PD, dann springen wir choose to choose to choose aber wir warten auf alle wir warten auf alle dass sie die flanken die movement schon weg die rennen osten hier im bing springt raus und push nach süden push nach süden push nach süden push nach süden unten links bis zur straße bis zur straße wo ich ein push nach bis zur straße nach süden bis zur straße bis zur straße zum teil mountainsee weiter nach süden koko folgt und folgt uns folgt und über rente über rente bis zum halt ich bin jetzt einheit und ein bisschen eine heilung ein kurs zu halten achtung sie konnten jetzt sie konnten jetzt sie konnte jetzt anordnen geht ein bisschen die breite aber da kommt nicht wieder kommt nicht ihr könnt weiter ihr könnt weiter ihr könnt weiter nach unten links wollte hier auf wollte hier auf wenn da auch ein letztes hat weg klicken alles einheit und wir kriegen everything about the height of Das war's.